Hey Leli! Schau mal! Eigentlich mag sie keinen Fisch. Was ist das? Sie hat einen seltenen Fisch, das haben sie doch früher bei uns in einem See getan. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und dann auch! Schau mal! Ne, ist nicht, oder? Vorhin, als ich sie das erste Mal hingehalten habe, hat sie ganz aufgeregt so Miau geschrien! Miau! Ja, sowas! Ja, so hast du Miau gesagt! Das war ein ganz eindeutiges, wo ist der? Der ist leer, ich will auch. Das war ein, du hast mich total beschissen nachgemacht. Schau mal, Schatz, nicht! Soviel zum Thema, ja, Fisch! Fisch, Fisch kann man sich wälzen. Ich glaube, die will sich gerade einfach an allem wälzen und schmusen. Komm mal her! Komm mal her, mein Schatzi! Leli, gehst du mit mir rein? Schatz? Leli? Gehen wir rein? Komm! Gehen wir rein? Miau! Ja? Oder bleibst du beim Papa beim Grillen? Miau! Ich glaube, sie möchte bei dir bleiben, Schatz. Ist okay! Miau! Sie möchte die Fischpackung noch mal riechen. Na, Maus! Süße! Miau! Okay! Das Witzige ist, sie hat noch nie an so einer Fischpackung gerochen. Und beim Futter mag sie keinen Fisch. Nur Thunfisch als Filet. Gell? Ja? Das ist eine Dorade gewesen, Leli. Das war eine Dorade. Aber es ist interessant für sie. Kurzfristig jetzt nicht mehr. Hey! Krüschlut! Oh, Leli! Alter! Oh mein Gott! Wie viele Leute kommen noch? Wegen? Naja. Weil da sehr viel Essen auf dem Roll liegt. Der Fisch ist nicht so viel. Also der Spargel ist so ein bisschen sehr schwarz. Das finde ich nicht ganz so gut. Das ist gekriegt. Sehr schwarz. Mhm. Also die Quillpunkte. Ja, weil es ist schwarz. Das ist braun. Das ist braun. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das schwarz oder braun ist. Die Ocke hier oben vielleicht. Also die Ocke noch braun. Warte ich mir mal ab. Dann muss man ja... Wahrscheinlich, wahrscheinlich sympathisieren jetzt alle mit dir und sagen aus Konfliktfrauen. Wow! Okay, wow! Okay, geht's, Leli. Leli. Die Kamera war völlig verstört. Die hat gerade die Farben ganz falsch dargestellt. Magst du noch mal am Fisch riechen? Okay. Komm, Leli. Wir schmeißen es jetzt weg. Oh, Schatzi erschrocken. Leli. Schmeißen wir es weg? Kommst du mit? Ähm, ja. Komm, Schatzi. Wir gucken euch, wo wir dauvra manager mit. Couldn ich meine neu sagen doch gar nichts Crime! Macht das es mir nicht quantitative!